Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Railroad. Wir sind jetzt mal wieder in Deutschland unterwegs und zwar beim Bahnhof Regensburg mit Umgebung. 45 Züge, theoretisch tausendgefähr ne Stunde. Mal schauen. Der Ersteller hat gemeint, der Fabbel ist ein bisschen dichter als in der Realität und ist ein bisschen Mitdenken angefragt. Es ist auch ein paar Mal Rangiermanöver zu tun. Übrigens, offiziell rangieren kommt ja noch in Railroad. Stand vor dem Video ist noch nicht draußen. Aber ich würde sagen, wir machen mal Start und los geht's. Und dann haben wir schon die ersten Züge. Fangen wir mit dem Agilis Depot an. Der möchte gern auf Regensburg 1. Wunderbar und fährt dann nach Lüfingen da oben. Der muss nicht wenden. Und hier den RE50 X11 fährt nach Regensburg 2. Gut, dann macht man jetzt permanent die Fahrstraße hier. Das erste. Kannst ja dann eh noch hin und bis zum Bahnhof. Und du bist Regensburg 2. Einmal da rauf. Fährst du? Du fährst nach Koffering. Wo ist das? Macht's da unten. Alles klar. Ja, von den Gleisen her auch ein bisschen vereinfacht. Gemäß Kommentar. Aber ansonsten noch halbwegs authentisch. Da haben wir ein Port. Dus-Terminal. BMW. Oh, BMW-Werk ist da hinten. Oh. Da kommt schon ein Gebüterzug. Da bin ich nach Sintzing 1. Das ist da. Ja gut, dann komm du mal da rein. Oh, da kommt ein ICE. Der möchte nach Regensburg Gleis 6. Machen wir hier auch mal permanent. Permanent. Bis hier zumindestens. Regensburg Gleis 6. Da unten. Und der kommt jetzt schon rückwärts. Wo schick ich dich hin? Mal überlegen. Ich glaube... Dus-Terminal. Shit. Die werden belegt. Der kommt von Regenstauf. Wo ist das? Ah, das ist da oben. Ich glaube, die schicke ich mal auf das Gleis. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Einer aus dem Depot. Gleis 4. Ach ja. Du da, Regensburg. Kannst du bitte... Wo war denn das jetzt nochmal mit dem automatischen Wänden? Neue Interface. Ah, der nächste Zug. Regensburg Gleis 9. Na, komm mal rein. Passt aber bis Regensburg. Und der Kollege hier... Will auf Gleis 7. Dann nehmen wir das hier zurück. So Gleis 7 rein. Ah, wo war denn das mit dem automatischen Wänden? Gleis 7. N-Scale. Time Offset. Ähm. Ach, V. Ach, mittlere Maustaste. Oder? Ah, ne. V. Züge automatisch. Auto Reverse Trains. So. Schließen. Da kommt jetzt noch was. Was bist du? Du bist auf Gleis 11. Kommen wir hier. Alma permanent. Wobei das wir garantiert mal zurücknehmen müssen, wenn der Güte zukommt. Was ist Gleis 11? Ach, da oben ist Gleis 11. Okay. Der war Regensburg 2. Und das kann man mal einstellen hier. So, und der Kandidat da. Da kommt jetzt die ICE. Würde ich gerne auf eins der beiden Durchfahrgleise mal schicken. Wenn es jetzt irgendwie ausgeht. ICE ausbremsen ist nicht. So, und der fährt nach Prüfening Gleis 3. Und fährt noch weiter nach Sitzing. Gut. Kriegst du schon mir die ausfällt. Bitteschön. Und viel Spaß da hinten. Was kommt hier? Ah, noch ein RE. Der will nach Regensburg Gleis 1. Gut. Da unten haben wir noch einen. Ah, jetzt kommen sie rein. Regensburg Gleis 1. Du fährst dem ICE hinterher. Mal bis hier hin. ICE, gib Gas. Oh, wir stellen den noch da unten. Du es bitte einmal wenden. Wann musst du da sein? 8.23. Das dauert noch ewig lang. Oh, ich stelle ihn da auf die Ausweiche. Ja, ich glaube, auf die Ausweiche stelle ich ihn da mal unten. Der nächste von da oben, der... Oh. Das ist einer, der in das Terminal reinfährt. Also da. Das ist gut to know. Ja, ja, ich weiß. Ähm, Obertraubling 3. Das ist da unten. Alles klar. In 3 Minuten. Der erste ist da. Du wolltest auf Gleis 9. Bitteschön. Einmal die Einfahrt. Bin ich jetzt echt zu hart? Dann lass den... Vor dem Arri da runterfahren. Oder da reinfahren, besser gesagt. Wie schnell fährst du? 110. Wie schnell fährt der? 140. Oh, die werden sich gleich knutschen. Ähm. Ja, wir machen das nicht. Also, der muss auf Regensburg 1. Kommt. Du fährst dann da hin. Da hin. Auf die 1. Dann fährt der Güterzug. Von wo? Ach, von da oben. Regensburg Gleis 8. Ja. Auto erstmal. Aber warum hab ich hier... Das können wir hier auf Dauer machen. So. Alles unterwegs. Fachzug 1. On the way. 5 Minuten, 6 Minuten habe ich. Sehr gut Zeit. Ähm. Allah. Regensburg Gleis 4. Gut. Erste hier rein. So. Und jetzt schickt man den Güterzug mal da hinterher. Und dann da rein. Ich hoffe das... Ich hoffe das bereue ich nicht. Und dann haben wir hier... RE 51. Pfiffling 1. Bleibt der einmal kurz stehen. Regensburg... Hä? Von Regensburg 7 auf Regensburg 3. Moment einmal. Wo ist das? 7? Ach, und dann einmal da rein. Und dann... Hä? Warum? Ach so, warte. Was ist denn das? Warum? Warum? Fährt er... Ach so. Moment. Na doch. Ne. Da müsste er von 7... ... eigentlich rausfahren können. Ah ja. Was soll's. So. Güterzug. 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 Nach Sitzing 1. Und dann haben wir Obertaubling 3. Der Kollege da. Ich füge es nach da unten drüber. Obertaubling 3. Und dann noch Koffering. Bleist 2. Viel Spaß. Haben wir den auch. Er hier. Regensburg Gleis 1. Erstmal da rein. Ah, okay. Den konnte ich nicht weiterschicken. Der fährt nach Ettertshausen. Können wir das mal schnell machen. Ob da wieder permanent. Dankeschön. Ja, Leute. Ähm. Shit. Stress. Hörst du hier mal so. Obertaubling. Ah, shit. Ich hab den nicht gewendet. Sorry, sorry, sorry. Ah, der will auf Gleis 4. Kannst du haben. Gleis 4, glaube ich, war ja hier. Leute, nicht stressen. Was bist du für einer? Ah, das ist ein Frachtzug. Der muss auf Dus Terminal 1. Das heißt, du fahrst da runter, darunter, darunter, darunter. Plus Terminal 1. Oh, und da kommt. Oh, das ist der andere wieder zu. Wo hast du mal hier rein? Sündchen 2. Wo ist denn das? Ach, das ist da hinten. Und hat jetzt Ausfahrt. Oh, let's go. Oh, geil. Überhaupt kein Stau. Und da, Auto. Alter, Leute. Obertaubling 2. Ach, der bleibt hier wenigstens mal kurz stehen. Okay, hier müssen wir jetzt aufpassen, wenn wir die Züge schicken. Regensburg-Gleis 11. Ah, shit. Ich habe mich vergessen. Warte mal. Sintzing 1. Das wird jetzt immer hier ein bisschen voll. Aber ich will den Güterzug hier loswerden. Musst mal hier rein. Und fährst mal dann auf das Gleis, bitte. Plus Terminal 2. Wir fahren das weiter. Weiter. Plus Terminal 2. Und der nächste Güterzug. Sintzing. Äh, das war da hinten. Ähm, Stress. 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 Nein! Jetzt muss der R-I da auf... Ne, schu... So, Prüfling-Gleis 3. Sorry. Hengsburg-Gleis 8. Ich sehe gleich, dass nächstes... Du, fährst da bitte weiter. Koffering... Ach, das war da unten. Jo, das mit dem Farblauen habe ich immer super hinkriegt. Ja, Kollege. Das geht jetzt leider. Scheiße, I, C, E. Kollege, das geht nicht anders. Ohne Bremsen hier. Hengsburg-Gleis 1. Weiterfahren, bitte. Chaos, Chaos. Ähm... Der eine Güterzug ist da oben. Gut, machen wir schnell. Erst dann auf die 1. Und... Koff. Warte mal, nach Regensburg auf die 1. Da einmal rauf. Du fährst hier auf die 2. So, 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 so und so. Obertraubling. Der hat auch mal vor dem ICE da reinfahren lassen. Ah, warte mal, da muss Regens tauf. Ah, na, Koffering. Warte mal, wo ist Regens... Ach, scheiße, das... Nein, 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 nein. Du fährst falsch. Oh, Gott sei Dank, habe ich das noch gesehen. Na, Moment mal, was mache ich denn? Fahr da runter. Er fährt nach da oben. Ah, shit. Ich bin nervös. Prüferring 3. Fahr da rein. Ja, ja. Der nächste Frachtzug. Geil. Regensburg-Gleis 2. Stimmt, ich tue mir das jetzt hier weiterfahren. Und dann hier runter. Wer nervt jetzt... Ach, shit. Noch ein Frachtzug. Macht's mir nur die Bude voll hier. Ist sehr geil. Und du kannst auch weiterfahren. Bis dahin zumindestens. Aber die war automatisch Wände nicht drin. Wo ist diese Güte? Ach, da oben. Den Erdi. Regensburg-Gleis 8. Lass die mal so weiter. Bei dir kann man... Nein. Ich muss bei dem am Ende wann übermachen hier. Ja, und bei dem auch. Oh, nee. Okay. Hier ist es stressig. Gütezug. Erstmal hier nach oben. Du. Noch ein Gütezug. Auf das Duft-Terminal, wo jetzt zwei Züge drin stehen. Ah. Ähm. So, ich lasse jetzt mal den Gütezug da reinfahren. Regenstauf 2. Wo ist das? Ach, da oben. Da, komm. Hau den hinterher. Sehr geil. Prüf für den Gleis 3. Das heißt, den Güterzug da hinterher. Ah, shit. Regenburgs-Gleis 7. Dahinter schon der nächste. Koffer-Ring. Koffer-Ring. Da unten will der. Ausfahrt. Einmal nach da. Ja, geil. Wo will der hin? Das ist ein ICE. Leute, das ist stressig hier. Linksburg-Gleis 4. So, bitteschön. Und der wird dann wenden. Ja, ich weiß. Hm. Ah, der will nach... Sitching 2. Das war da hinten. Du kannst... Erstmal... wegfahren. Ich will dich hier nicht haben. Der ist dann hier gerade durch. Wo will der hin? Ethershausen. Das wäre einmal... durchschieben. Erstmal bis oben in mein Sichtfeld. Ah, Leute. Ruhig, lootier mal. Alter, viel zu viele Züge hier. Ah, da oben auch noch. Ah, shit. Was bist du für einer? Bist... Ah. Okay. Das ist ein Frachtzug, aber der fährt dann nach links weiter. Gott sei Dank. Also, das wird ein Pain in the Ass da. Mit den Zügen da. So, Prüfening 2. Der steht... Warte mal, Prüfening 2. Und fährt dann weiter nach Rot. Gut. Kannst du da haben. Regensburg Gleis 2. Sorry. So, Kollege, du fährst dann hier weiter. Okay. Ich habe einfach so gar keine Verschnaufspause hier. Regensburg Gleis 11. Das auch einmal in die Richtung weiter. Ach, nee. Ach, da macht er mal. Regensburg Gleis 4. Der muss auf 3 weiter. Oh, sorry. Entschuldigung. Ja, ich bin besetzt hier. Ich muss ja warten. So. Re 2. Jetzt ist da der Güterzug da vorne. Re 17. Der muss dann nach Robert Raubling. Oh, shit. Hab ich da in der... Da ist der Erste, der auf die 1 fährt. Okay. Brachzug. Einmal nach da oben. Regensburg Gleis 8. Ja, doch. Man ist... Ah, shit. Der hat AK Weiterfahrt gehabt. Sorry. Okay, du bist der ICE. Du fährst als erstes rein und dann fährst du da rein. Einer der anderen Güterzüge hier. Wo musst du hin? Ach so, du fährst einfach nur durch. Okay. Überall geht's ab. So, bitteschön. ICE, du fährst auch eins weiter. Ah, und der will nach Regensburg 3. Fahr nach da oben, bitte. Ah, das ist der mit dem DUS-Terminal. Ey, ich kann dich da noch gar nicht mal hinschicken. Das ist besetzt. Den muss ich da unten mal hinparken. Sinching 2. Komm, du fährst weiter. Ah, fuck. ICE habe ich die Weiterfahrt vergessen. Einmal bis hierhin. Moment einmal. Der will jetzt. Regensburg 3 auf Regensburg 3. Also einmal. Hä? Okay, das Ganze ist ein bisschen verwirrend hier. Jetzt kommt auch da hinten von dem Venon Zug. Ja. Genau. Du fährst mal da hin. Danke. Also, hä? Wie soll das jetzt denn gehen? Das macht doch gar... Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, dann fährt von mir aus nochmal da rein. So, das war der DUS-Terminal-Zug. Du fährst noch da unten. DUS-Terminal-Zug. Ja, ICE möchte auf Gleis 6. So, darf man natürlich machen. Bei dir wenden. Nächster RE. Obertraubling-Gleis 3. Der muss noch ein bisschen länger warten dann. Dann hast du zuerst die Ausfahrt. Du warst hier Sündchen. Du fährst einfach so weiter. Ja, Leute. E-Duld. Eigentlich dich. Können wir weiterfahren lassen. Vielleicht jetzt nicht ganz so schlau wegen dem ICE. Oh, scheiße. Noch ein Güterzug. Aber, ja, gut. Ich konnte jetzt hier eh nicht reinfahren. Aber der kann gleich mal einfahren. Obertraubling 3. Passt. So, bitteschön. Einfahrt. Stress, Stress. Weil es sind noch so viele Züge. Oh, Mann. So, jetzt kannst du auf die 3. Also, echt komische Aktion. Aber okay. So, der hat gewendet. Du kannst auf das Gleis. Du kannst dann hier bitte so fahren. Der ICE fährt dann auch da rein. Und dann machen wir hier einmal die Wiederholung. Ach, Leute. Früh für den 3. Und jetzt habe ich... Da habe ich natürlich da den Güterzug, den ich da irgendwie mal wegkriegen sollte. Okay, wir warten, bis der ICE vorbei ist. Und dann glaube ich... Ach, ne. Da kommt ja gerade noch der zweite ICE. Steht noch... Äh, da muss noch... So, mit dem müssen wir jetzt wenden. Ähm... Du fährst mal... Ach, da. Ähm... Kofferring. Wo war das? Ach, warte mal. Jetzt komme ich mal. Jetzt habe ich dich falsch. Wo war Kofferring? Ach, da unten. So. Dann fährst du hier so. Der will nach... Ähm... Obertraubling, Gleis 3. Und dann nach Sülching. Ähm... Hier ist gerade ein bisschen Mayhem. Gleis 11. Shit. ICE aus... Zuerst der ICE. Sorry. Und dann kommt er hier. Jaja. Also der Fahrplan... Der ist ja nur ein bisschen intensiver als... Wie in der Realität. Oh, das ist ja auch schon ein Minus. Weil klar, ich könnte ein Auto als Zep machen. Aber ich will wissen, was das für Züge sind. Regensburg. Alles klar. Okay, ich glaube, rein punktetechnisch... ...habe ich das schon ziemlich verkackt. So. Er ist fast fertig. So, du kannst jetzt hier auch mal abhauen. Ah, shit. Da ist der Erde jetzt schon in der Nähe. Ah, Mann. Ah, und auch da die Ausfahrt vergessen. No. Contract reacted. Leaving bored. Okay. Der RE muss dann auch noch weiterfahren. So, bitteschön. Wir fahren ein zweites Mal. Bahnhof wird jetzt wenigstens mal ein bisschen leerer hier. Ah, ich warte jetzt noch ab. Ah, ich warte jetzt noch ab. Sag mal, Regensburg 3, 8, 29 bis 8, 33. Und du hast... ...8, 35 bis 8, 38. Es geht doch zeitlich gar nicht. Und wir haben 8, 33. Na doch, es geht schon. Okay. Gleis 4. Du, Kollege. Fährst nach da oben jetzt. Oh, no. Da war es auch vergessen. Bitteschön. Weg mit dir. Ich glaube, wir machen jetzt auch mal permanent hier. Bisschen weniger Arbeit. ICE fährt vorbei. Und er fährt dann nach da oben. Das war es. Permanent hier. Leute. Das ist... Ja. Ja. Warte mal. Bist du... Du bist eine RE. Gut. Überall ist es nur noch rot am Aufleuchten. Ähm. Regenstau. Das war ja da oben, ne? Oder? Ah, Regenstau. Ja, das war da oben. So. Fähr du mal da so. Was ist mit dir? Wenn denn? Ah, das muss man selber machen. Dengsburg Gleis 1. Bitteschön. Und er fährt auch in die Richtung. Bitte einmal wenden. Dann will ich den schon mal los. Und der muss nach BMW... Oh, scheiße. Ich muss diesen Güllzug da weg haben. Ähm. Weißt du was? Ich fährst jetzt mal hier rein. Ich brauch hier Platz. So. So. Auf die 9. Ah. Und der muss nach unten weiterfahren. Sorry. So. Fahr weiter. Blockierst mir jetzt hier alles. Ähm. Du fährst dann so und fährst so. Das heißt, das nehmen wir mal kurz zurück. Ja, ja. Komm da rein. Mach alles dicht hier. Oh, nee. Er will jetzt auch anfangen. Ah. Hilfe. Dengsburg Gleis 8. Ja, muss kurz warten. Und der fährt nach Prüfling. Wo der jetzt hier steht. Ah. Moment einmal. Dieser Inland Port zugehe. Ich glaub, den darf sich nach da oben fahren. Und dann rücken. Nein, das geht ja nicht. Den muss ich ja. Da muss ich ja auch noch Manöver machen. Ah. Ähm. Ähm. It's a bit too much. Gleich 4. Kriegst du dann gleich. So. Du fährst jetzt da rein. Und tust jetzt mal wenden. So, ich habe den Gleis 3. Dann mache ich für den Tisch schon mal die Fahrstraße bereit. Dann kannst du hier durchdüsen. Danach geht es weiter nach... Da, okay. Ja, ja, kommt es noch ein. Und ich glaube, den... Güterzug schicke ich jetzt auch mal weiter. Ich muss das hier weg haben. Er fährt da rein. Fährt dann anschließend nach der URB. Biss mal garantiert bis da. BMW Plant. Alter, ich kann diese Güterzug jetzt hier nicht gebrauchen. Regensburg 4. Da, fahr rein. Ich muss... Ja, toll. Jetzt, wenn du hier ausbremst. Ja, gleich Kollege. Da sind Arno D2 unterwegs. Güterzug kommt. Bzw. Bist du nicht... Nein, bist du nicht... Trotzdem jetzt ausgebremst. Ähm... Shit. Ich muss die zwei Güterzüge jetzt... Zumindest einen davon muss ich jetzt mal loswerden. Ne, ich muss auch nicht beide jetzt hier loswerden. Weil da steht ja da für die Einfahrt von BMW. Andererseits, ich muss dann nur... Ja, in neun Minuten. Das ist jetzt eh bald. Und du kannst wenden. Das war's. Dich will ich gar nicht mehr sehen. Du fährst dann gerade schon mal raus. Der will Regensburg 3. Kannst jetzt endlich mal da hinfahren. Du musst wenden. Du fährst nach da oben. Oh ne, der will nach... Die fahren alle... Warte mal. Der fährt Prüfenning 2. Upsle. Das habe ich hier falsch gemacht. Fährt da noch rot. Oh, Gott sei Dank. Hab ich noch mal hingeschaut. Du musst noch mal zuerst hier fahren. Und fährst dann nach da oben. Güterzug 1 ist unterwegs. Dann schickt man Nummer 2 gerade hinterher. Oh, Shepard Star. Ja, ja. Kommt's noch rein. Ah, da ist der nächste Güterzug. Nein. Oh, no. Gleis 7. Fahr rein. Oh, ne. Meine Damen und Herren. Unsere Züge haben heute ein bisschen Verspätung. Nur so ein bisschen. Grund dafür ist ein überforderter Vordienstleiter. Warte mal. Terminant, bitte. Jut. Wo war Kofferring nochmal? Ach, das ist aber da unten. Ja, genau. Kofferring. 30 Sekunden. Ja, BMW Plant muss warten. Dann auch da unten. Du fährst eins weiter. Du wirst grad ausfahren. Okay. Der ICE. Regensburg gleich 6. Ja, sorry. ICE. Hier sind zu viele Güterzüge unterwegs. Du fährst den bitte gleich hinterher. Inlandport. Oh, shh. Was mach ich jetzt mit dem Güterzug, der da rein muss? Ah, ich glaub ich schick... Ja, ich schick den irgendwie oben. Aber was, was du fährst mal... Ah, der kann nicht weiterfahren, weil der Güterzug vom BMW da steht. Außer wir machen einen Cheap Move. Der muss auf Regensburg, Gleis 11. Das, was du fährst jetzt über Gleis 2 nach da oben. Da muss ich das einfach machen. Weil der soll dann da unten hinfahren. BMW. Scheiße, Scheiße, Dreck. Jetzt haben wir... Hm. Güterzug, du musst hier weg. Ach ja, genau. Der muss ja... Ah, der muss aber nur so fahren und dann nach da oben. Wenigstens eine Sache. Ähm, 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 ähm. Ja, ja. Macht's, macht's nur voll hier alles. Regensburg, Gleis 1. So, kannst du mal hier reinfahren? Wo will der hin? Gleis 2. Da, wo der Güterzug jetzt gerade am hinfahren ist. Ah, ich glaube, ich lasse den Güterzug jetzt gerade mal schnell da vorfahren. Es ist ja eh noch besetzt. Und du... Ja, jetzt kann ich es natürlich nicht setzen. Er fährt dann nach Koffering. Komm, fahr mal schnell nach da unten. Was besetzt ist? Ah, ähm. Ich sehe, ich fahre ein Zweiter. Ähm. Weißt du was? Du machst den hier mal. Den man da runterfährt. Absoluter Chaos hier. Ja, natürlich kommt jetzt da auch ein Zug. Oh, Mann ey. Oh, shit. Güterzug. Fahr weiter. Gib Gummi. So, kannst du jetzt bitte ins BNB-Werk schnell einfahren. Und zwar so. So, Sündchen war... Ah, das war da unten. Aber der muss eigentlich auch noch rückwärts da reinfahren. So, fahr weiter. Der ICE muss da hin. Ah, Mann. Ey, die werden sich hier auch denken, was geht mit diesem Fahrrad ins Leiter ab. Ja, natürlich. Da unten der Nächste. Was bist du? Einer nach Regensburg. Obertrabing 2. Traubling 2. So. Aff. Ich hab den R hier vergessen. Ah, Mayhem, Mayhem, Mayhem. So, der Fahrtzug ist da oben. Gleis 9. Einfahrt. Danke. ICE. Gleis 6. Jetzt fährt der weg. Der will dann auf Gleis 1. Ich lasse dich jetzt erstmal einfahren. Du verschwindest aus meinem Sichtfeld nach da oben. Danke. Fracht. Komm, fahr schnell weiter. Würde ich weg haben. Sind hier die ganzen Gütezüge unterwegs. Bitte bleibt stopp. Bloß nicht stehen. So. Der will da langfahren. Und dann machen wir das zweite Manöver hier. Okay, das stresst mich hier ein bisschen. Schau mal hier oben aus. Er fährt jetzt rein. Der andere Zug ist gerade da drin. Du fährst dann hier rein auf 3. Du fährst dann so weiter. Du, so. Okay. Sündching 2. Bitteschön. Ja, ich weiß. Du musst warten. Äh. Du fährst nach da. ICE. Fährt auch da Richtung Rot rüber. Ja, ich glaube langsam. Langsam wird es hier besser, wenn hier wenige Züge sind. Ja, im Gegensatz zu Utrecht. Ist hier ein bisschen was los. Ja, eigentlich. Okay, der fährt hier auf dem Gleislauf. 40, 110. Ja. Blöd. Ich kann den nicht mehr überholen lassen. Koffering. Komm. Fahr mal da hinterher. Und dann auch da unten. Perfekt. Der will auf gleich 6. Kannst du haben. Ja, ich weiß. Und dann können wir uns um den da. Ich muss mich mal ganz kurz räuspern. Einen Moment. So. Da bin ich wieder. Boah, das ist ein paar Stunden durchgehend, was wir hier so haben. Boah. Puh, das geht an die Nerven. Prüfening 3. Er fährt jetzt auch jeden Moment los. Eine Minute. Ich weiß was, wir machen das anders. Der fährt ja noch da oben. Der nächste. Oh, 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 shit. Da kommt es erst ein IC. Aber dann fährt er noch da oben. Shit. Shit. Wenn ich jetzt bei dem Rückwärts sorge, dann fährt er einfach los. Da steht... Hm. R.E. Fährt das Nächstes. Lass uns erst den mal fahren. Ja, also mit in drei Minuten Ankunft, ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Aber du, Kollege, kannst du jetzt ausfährt. Dann verschwindest du bitte. Raus aus mein Stellberg. Ja, wir nehmen jetzt das hier weg. Und dann fährst du da runter. Regensburg. Und der wird auf die Sidings. Ja, okay. Fährst du dann nochmal... Ne, der verschwindet dann. Sehr geil. Gleis 4 bei dir. Bitteschön. Und Gleis 3. Und fährt dann auch in die Abstellung. Dankeschön. So, du fährst jetzt mal rückwärts. Du fährst dann... Nach da... Ja, du fährst eigentlich bis nach da unten. Das wird sich von der Länge ziemlich sicher nicht ausgehen, wenn er da reinpasst. Moment mal. Ah ja, doch. Ne, passt. So, der nächste fährt dann wieder gerade. Du, wenden. Okay, okay, okay. Wo fährst du eigentlich dann noch hin? Du fährst ins Agilis. Achso, ja, wenn du da oben... Ja, okay, passt. Alle ins Depot. Bitte einmal wenden. Okay, ich bin schon mal sehr gespannt auf die größten Verspätungen in der Statistik dann. Kommt da... Ja, da kommt da noch Einzug. Okay, dann kann ich dir das ja mal komplett zugeben. Okay, wer fährt als erstes? Zwei Minuten, eine Minute. So. Dann auch du. Und du fährst da rein. Und da müssen wir uns um keinen Zug mehr kümmern. Wir sind alle unterwegs. Eigentlich nur noch der Kollege da oben. Machen wir mal fast forward hier. Shit. So viel. Wir müssen uns um keinen Zug mehr kümmern. Sorry. Dann so. Und der fährt dann ins Depot. Jetzt kann ich, glaube ich, fast forward machen. Der fährt die ganze SPB rückwärts. Das war nicht die schlaueste Idee. Was, was willst du jetzt nochmal cheaten? Das ist jetzt... Ja, wobei, er bleibt ja I stehen. Gut. Komm, schneller. Und dann hier bitte die Einfahrt. Okay. Immer noch ein Frachtzug. Achso, das ist eh eh da oben. So, vorweg. Holy moly. Wir haben es geschafft. Wertung 89%. 65 Abzüge. Jo. Wo waren es die fettesten Abzüge? Minus 10 Verspätung. 5 Minuten. Ja, die ganzen Stopps. Minus 10. 5 Minuten. 15 Minuten verspätet. Der letzte Zug. Okay, es hat Spaß gemacht, aber ja, doch, da war ich jetzt ein bisschen gestresst. Aber fand ich gut. Also, an den Ersteller, Daumen nach oben, aber vielleicht ein bisschen weniger Dance-Home-Verkehr. Vielleicht. Aber ja, cool, cool. Schauen wir, was wir als nächstes machen. Wie hat es euch gefallen? Schreibt mir das doch in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch eine gute Weile vor Ort. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brau Bucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.